hallo und willkommen ich begrüße euch zu einem kurzen update zum bitcoin wir haben es donnerstag den 29 vierten die zeit 19 und 18 minuten ich bin thomas jansen euer investor guard herzlich willkommen ja was hatte sie getan in den letzten tagen ich hatte ja am sonntag ein video online gestellt wo ich euch so ein bisschen über über meine sicht berichtet habe ja wir hatten ja im bereich 48 49 47.000 us-dollar eine eine multiple support area ein cluster das aus verschiedenen linien aus verschiedenen zeitebenen gespeist wurde wo eine hohe chance auf einen bounce bestand all das in meinem video vom 25 also vom letzten sonntag und so kam es dann auch ja also der markt ist hier einmal kurz runtergelaufen ist unter dieses tief gelaufen was er hier am 23 schon markiert hatte und hier kam es dann zu diesem kräftigen bounce und für die freunde der pattern recognition hatte die situation natürlich auch was spannendes parat wie wir natürlich auch hier bei uns auf investor guard punkt com im pattern radar circle ausgespielt hatten das war also ein falling wedge also ein abgefallender ein absinkender keil der hatte hier unten die trigger linie im bereich 50.725 also in etwa auf augenhöhe mit diesem zwischentop hier ja dieses zwischentop bei 51 378 da kommen wir gleich noch dazu aber das hier ist jetzt mal die trigger linie von diesem absinkenden keil gewesen und der markt ist dann ja typischerweise am 26 4 mitten in der nacht also schön mit den asiaten über diese keil trigger linie angestiegen und konnte dann auch kompromisslos durchziehen ja so ist hier hochgelaufen in die von mir berechnete quick rise area die lag hier zwischen 53 3 und knapp 55.000 us dollar und weil die 55.000 us dollar wie ich ja auch schon in meinem free update diese woche gezeigt hatte also in der taktischen videoanalyse ist diese 55.000 us dollar marke schon ein sehr sehr wichtiger bereich und das möchte ich euch noch mal kurz zeigen wie wichtig dieses areal hier ist also vielleicht noch kurze seiten also vielleicht noch kurzes quick win für euch kurzes learning für euch es geht nicht darum eine solche formation ich sag mal bis zum ende durchzuziehen also bei investor guard halten wir es so dass ich also immer sage okay das teil ist scharf geschaltet und es ist jetzt auch completed ja also ich gebe einen konkreten hinweis wann für mich die situation ein bisschen schwammig wird wann der markt ein bisschen sluggish wird und wann man sich vielleicht auch mal raus bewegt oder ein bisschen outscaling macht aus einer position und deswegen ist diese formation jetzt hier auch completed um das mal so zu sagen ja denn wir haben auch noch ein overlay mit einer anderen formation die zeige ich euch jetzt auch noch mal kurz ich blende jetzt mal kurz das falling wedge aus ja also wenn wir hier unten über ein doppeltief sprechen das kann man durchaus machen wir haben hier tief 1 hier unten das tief zwei so das ganze hier mit einem reversal pattern berechnung mal versehen und dann fällt auf wir haben hier sowohl im einundsechzigprozentigen bereich schon eine leichte bremswirkung gehabt und dann hier oben kardinal im bereich des hundertprozentigen ziels ja also das hundertprozentige ziel bei 55.268 das ist sehr gut gelaufen ja und okay wie kann man das ganze umsetzen wie gesagt wir hatten hier diese diese abwärts struktur es kam dann hier noch mal zu einem schwäche anfall der ist allerdings nicht mehr getragen worden von der breite des marktes ja also wir hatten hier unten keine trend fortsetzung sondern ganz im gegenteil wir hatten hier positive divergenzen wir könnten uns jetzt hier mal kurz noch einen indikator hinein holen der das ganze so ein bisschen untermauert ja ich zeige euch weil mal was gemeint ist mit einer positiven divergenz also wir sehen das hier sehr deutlich wir haben hier eine serie abfallender tiefpunkte ja also ihr seht das hier sehr gut das ist ein tief noch ein tief und noch ein tief also absinkend und noch mal absinkend und das ganze wurde also hier vom rsi im stunden chart das ist die ganz normale standardeinstellung wurde das schon nicht mehr begünstigt ja also wir hatten nämlich hier schon das tief im indikator dieses tief wurde schon nicht mehr begleitet ja da haben wir hier nämlich ein höheres tief im rsi gemacht und dann hier auch noch mal ganz klar und gut ersichtlich ja ich kann das ja auch noch mal so ein bisschen hochziehen damit es wirklich deutlich ist für euch also hier haben wir genau die gegenteilige entwicklung im indikator nämlich steigende hochpunkte bei steigenden preistiefs das ganze nennt sich positive divergenz und ist natürlich besonders schön wenn die hier doppelt auftritt ja wir haben nicht nur eine positive divergenz die in der regel schon ausreicht als positives trigger oder als positiver schlüsselreiz sondern wenn die doppelt auftritt ja okay dann geht es meistens wie von der tarantel gestochen auch in die gegenrichtung ja das sind dann genau diese schlüsselreize viele leute denken dann oh jetzt geht es hier weiter abwärts aber zack hier unten lauert dann die nachfrage und das smart money das wartet halt genau auf solche auf solche situationen auf positive divergenzen und ich meine mal unter uns gesprochen das ganze ist hier natürlich schon ein bisschen ausgereizt reizt gewesen also wer da meine free updates auch aus den letzten tagen gesehen hat zum beispiel auf youtube der wusste dass bei 47k halten signifikanter support lag und den zeige ich euch jetzt auch noch mal eben kurz ja also wie wurde das ganze über linien und kanäle umgesetzt gucken wir hier mal kurz rein also das hier war die situation die wir am sonntag hatten und wir machen da jetzt mal so einen kurzen so einen kurzen replay um das mal so auszudrücken schauen wir einfach mal ja das geht manchmal funktioniert es ja nicht oder hakt ein bisschen aber jetzt ist alles gut so das tun wir mal weg okay also das ist jetzt hier mal die situation die wir hatten am 22 vierten der markt hat sich hier in die seite entwickelt das war alles irgendwie lustlos da ist kein push drauf gekommen wir haben hier unten schon getestet ein zwei mal also das ganze war so ein bisschen bröckel status um das mal so zu sagen und wir gucken dann einfach mal weiter also worum geht es letzten endes wir haben hier diese abwärts verlaufende linie als seine projektions linie hier oben widerstand ja also hier widerstand durchbruch nach oben gehalten schöner support ja eine unterstützungslinie durchbruch nach oben auch hier unten super verteidigt ja also das sind die dinge die merkt sich der markt ganz einfach ja und wieder ausgehen von der blauen linie im verbund mit diesen beiden support linien hier unten wieder anstieg also diese blaue linie hier ja diese blaue linie die ist sehr sehr wichtig gewesen ja sehr sehr wichtig ja und hinzu kam dann auch noch hier diese linie ja das ist eine projektionslinie aus der jüngeren vergangenheit die resultiert aus einem aufwärtstrend kanal ist einfach nach unten per fibonacci nach unten projiziert die lag hier bei 49.000 ist ein bisschen hoch gewandert und die nächst tiefere linie die lag hier unten dann irgendwo bei 46 47.000 ja also das ganze ist dann natürlich auch frühzeitig einzuziehen ja also ihr seht wie wichtig diese linien sind die man hier also mit denen man hier arbeiten kann das möchte ich euch jetzt einfach nochmal kurz demonstrieren worum es letzten endes geht ja und dass man eigentlich gar nicht viel braucht ja es ist genau wie beim kochen man braucht also nicht irgendwie die raffiniertesten zutaten die raffiniertesten gewürze sondern wenn die zutaten frisch sind und man einigermaßen weiß was man macht dann kann man also mit ganz ganz wenig zutaten ja mit drei vier essentials kann man was wirklich gutes herzaubern und so ist es auch hier an der börse wenn man hier ordentlich mit linien und kanälen arbeitet alright so gucken wir uns das ganze an also wir haben jetzt hier den 22 4 14 uhr der markt geht wie gesagt in die seite ein bisschen bröckel status und gucken wir einfach was passiert so er geht hier in die knie das ganze am 23 jahr nachts um zwei uhr wie gewohnt er testet jetzt zum ersten mal hier diese auffanglinie und schauen wir einfach weiter was dann läuft ok so so kann man sich sehr schön angucken hier was der markt dann dort gemacht hat er ist nämlich ziemlich exakt hier unten in dieses areal gefallen erst einmal 47.555 ja jetzt gucken wir nämlich noch was passiert also das war das erste tief das war das erste tief am vergangenen freitag ja morgens um 10 uhr so gucken wir uns das ganze weiter an da fehlt ihm noch so ein bisschen die kraft wir haben so eine kleine aufwärtsbewegung gehabt und das ist dann die situation gewesen am samstag ja beziehungsweise am sonntag der markt sticht hier runter ja freunde und das ist eine vier stunden kerze ja und wer hier nicht erkennt dass das eine bullische kerze ist die genau hier unten bei 47.000 us dollar nach oben rejected ist ja also hier kommt nachfrage rein das ist eine bullische kerze das ist ein hammer ja ich meine dafür muss man kein hexenmeister sein um zu erkennen dass das irgendwo eine tolle angelegenheit ist ja und wir sehen es dann ja auch der markt bricht nach oben durch aktiviert dieses doppeltief hier unten aktiviert dann auch noch den fallenden keil den ich euch vorhin gezeigt habe so und dann geht es weiter mit der wilden fahrt da gucken wir uns das ganze hier an ihr ahnt was kommt hier hatten wir berührungspunkte hier hatten wir ein bisschen berührungspunkte ja und jetzt guckt mal wo der markt letzten endes diese woche sich so ein bisschen also bisher sich so ein bisschen abgearbeitet hat ja also er läuft genau hier wieder in diesen einzugsbereich da wo er schon die ganze letzte woche geklebt hatte wo es nicht weitergegangen ist ja also er macht hier unten einen schönen reflex ja einen schönen bounce nach oben aber und das ist jetzt für den moment war ganz ganz wichtig ja ihr seht worüber ich rede er ist hier so ein bisschen hängen geblieben ja und zwar exakt hier in diesem bereich dort wo widerstand war wir hatten hier wie gesagt in der letzten woche diesen kardinalen widerstandsbereich wo der markt abgebröckelt ist dann auch das tief produziert hat exakt bis dahin ist er gelaufen dort ist er jetzt hängen geblieben okay so vielleicht abschließend für den augenblick zeige ich euch jetzt noch kurz woran das ganze liegt und ich möchte euch auch noch kurz von meinem tesla von meiner tesla trap erzählen das ist etwas was ich sehr sehr spannend finde im augenblick kommen wir gleich zu so also gucken wir uns das ganze hier nochmal an also das ist der volumen chart das mache ich jetzt mal aus ok also das hier ist der volumen chart ich muss mal gerade gucken was die zeit sagt alles klar wir sind da noch gut im zeitplan ok paar minuten haben wir noch bevor man hier wieder abgeschnitten wird mit 20 minuten videos ok so also wir haben hier balancing gesehen der markt ist runtergekommen er konnte den bereich hier oben nicht verteidigen wer meine videos aus den letzten wochen kennt der weiß das hier ist für mich die kardinale volumen das ist für mich der kardinale order flow point gewesen hier 59.765 tausendmal beackert hier dann wieder gebrochen balancing phase exakt hier deutlich das volumen deutlich das volumen ja zwischen 56.340 und 55.200 roundabout so hier balancing phase nicht gehalten abfahrt zum nächsten punkt so und zwar exakt zu dieser kante hier unten das ist eine sogenannte abrisskante buyers in control 46.500 us dollar so und da habe ich allen die bei mir auch in den in den verschiedenen circle sind im bitcoin market stream zum beispiel habe ich gesagt wenn das teil nicht hält ja die 46.5 dann kann es kritisch werden so warum ja weil wir hier unten ein volumen loch haben so und das ist die sogenannte tesla trap für mich ja also das was hier toll aussah und das was auch toll kommentiert worden ist und das was sicherlich auch toll ist freunde ja so versteht mich nicht falsch es ist toll wenn ein ich sag mal tech leader wie elon musk das meine ich absolut aufrichtig also ich finde es toll wenn sich immer mehr leute auch auch da ich sag mal klar positionieren und sagen hey wir sehen da eine ganze menge drin wir sehen da wirklich gute sachen drin ich meine ich bin seit anderthalb jahren hier unterwegs im bitcoin ich sag das immer wieder der ist super analysierbar da gibt es keine zwei meinungen also es ist ein ganz ganz tolles asset und deswegen finde ich es richtig cool wenn paypal wenn tech leader wie elon musk und 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 also ich weiß ja gar nicht wer da alles dies und jenes sagt ich finde es einfach super wenn das ganze in der breite immer mehr wächst immer mehr abgestützt wird und auch immer sicherer wird ja das ist nämlich der effekt davon je mehr mitmachen desto verlässlicher werden die bewegungen und desto klarer ist die analyse möglichkeit so aber was bedeutet das mal ganz konkret wenn wir hier über trading sprechen ja und wenn wir hier über volumenanalyse sprechen das führt nämlich im grunde nur zu einem ja und zwar wir haben hier eine richtige sause hui das ging hier zack hoch ja und ihr seht das ganze ging hier einmal durch dann haben wir noch mal so ein bisschen zurückgebauern starker anstieg nach oben hier unten auch noch mal so ein bisschen gearbeitet aber was wir sehen und da möchte ich euch zeigen und da möchte ich euch auch eine klare warnung aussprechen ja wir haben hier im zuge dieses tesla tweet wie auch immer anstieges eigentlich hier linke hand überhaupt kein volumen aufgebaut ja das ist ganz ganz dünnes terrain hier wir haben hier die innere trap ja das ist für mich die tesla inner trap das ist hier diese zone ich sag mal zwischen 43 und 40.000 da ist so gut wie gar kein volumen weil das hier wusch einmal durch ging ja da wird halt nicht gehandelt ja da hat der markt keine möglichkeit volumen auszubilden okay dann haben wir allerdings ja auch noch die äußere zone ja die tesla outer trap und die geht eben von 46.000 bis zum nächsten high volume note und der ist hier unten bei 37.500 so und das ist das worum es geht freunde ja da möchte ich euch ganz eindeutig sagen meine meinung ja ich halte damit nicht hinterm berg so denn ich denke wenn wir dieses tief rausnehmen hier wellen technisch ist klar ja dann machen wir hier ein neues dann machen wir hier eine neue fünfer bewegung wahrscheinlich nach unten auf dann dann bekommen wir probleme mit wichtigen levels im monatschart kammer auf wochenbasis ist ja auch bei 52.000 und 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 also es gibt genügend was hier irgendwo für aufsehen sorgen kann zwischen 50 und 45.000 aber wenn es hier runter geht ja unter diesen volume spot kann ich mir vorstellen dass wir direkt eine richtige rutsche kriegen ja zumindest mal bis hier in diese innere tesla trap area bei 43 bis 40.000 ja das sind zwölf prozent ausgehen von diese abrisskante oder wenn es noch ein bisschen knackiger wird dann sprechen wir also hier über einen direkten durchmarsch einmal runter durch dieses volumen loch das ich hier einfach sehe und das ich gefährlich finde im augenblick ja also dann sprechen wir hier über einen direkten abverkauf der dann einmal hier 10.000 dollar runter gehen kann ja und das sind dann 19 prozent noch mal zusätzlich ab diesem niveau ja also das halte ich für ganz ganz wichtig im augenblick denn wir sehen ja auch wie klar der markt hier momentan mit den marken unterwegs ist ja also wir sehen es hier hier ist der abverkauf gelaufen in den letzten tagen ja und jetzt ist er genau von unten nach oben hier ran gelaufen und kriegt hier wirklich probleme in dieser volumen zone ja also wenn der markt sich hier dreht und wenn er sein prozedere ändert ja wir hatten ja zuletzt immer wieder dieses prozedere also wenn wir hier mal gucken ich gehe mal kurz auf ein acht stunden schade ich hoffe ich kann euch das jetzt hier mal kurz gut zeigen ich möchte euch zeigen wie der markt so unterwegs gewesen ist ja also wir hatten immer wieder dieses 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 dip szenario so nenn ich es mal ja also wir hatten hier ein anstieg anstieg knackig runter schnell runter anstieg neues allzeit hoch knackig runter schnell runter so kurz und knapp hier kurz und knapp im januar kurz und knapp im februar neues allzeit hoch weniger steigung aber gleiche prozedere 123 runter ja dann nochmal hoch und jetzt ja was macht er denn nun was macht er denn nun entweder bleibt hier in diesem modus und kommt jetzt nochmal hoch ja das würde ich sag mal dieses prozedere immer fortsetzen schnelle korrektur schnelle korrektur schnelle korrektur und auch hier schnelle korrektur nur wenn er dieses verhalten ändert und hier jetzt nach unten durchgeht dann werden all diejenigen die hier auf dieses quick dip gesetzt haben hier natürlich ziemlich brutal auf dem falschen fuß erwischt ja weil dann denken sie sich oh gott was jetzt los jetzt machen wir hier irgendwie eine komplexe korrektur und das könnte dann wie gesagt für diese rutsche hier nach unten sorgen also achtet ein bisschen darauf ich halte das für eine ganz ganz wichtige situation im augenblick achtet auf dieses volumen level dass wir jetzt hier zwischen haben ja also ich highlighte das jetzt auch noch mal kurz zum schluss dieses niveau das hier ist wichtig 55 2 bis 56 3 da müssen wir drüber und zwar deutlich ansonsten könnte es wieder stress geben okay also das für den augenblick ich wünsche euch jetzt noch einen ganz schönen abend herzliche grüße euer thomas vielen dank tschüss